Die Nullerjahre. Rückblick auf ein Jahrzehnt. Der Rütlich-Schwur wird erneuert. Käfighaltung von Menschen in einem Glattfelder-Container. Moritz Leunberger ist seit fünf Jahren im Amt. Flugzeugausstellung in Kloten. Erste Nacktwanderer in der Schweiz. Eine wandert sogar bis in die Botschaft in Berlin. Experiment Expo wird abgebrochen. Die SVP kriegt leider einen ganzen Bundesrat. Ich bin jetzt leider Bundesrat. Moritz Leunberger ist immer noch Bundesrat. Piero Esteriore erreicht in Istanbul null Punkte. Die Skinationalmannschaft erreicht in Bormio null Medaillen. Die SBB hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Es ist mir unendlich peinlich. Bahnkonten sind verzweifelt. Aufgebrachte Zürcher realisieren, dass Moritz Leunberger immer noch Bundesrat ist. Man empfiehlt mir, ich solle vorläufig mal eine Pause machen. Christoph Blocher ist leider doch nicht mehr Bundesrat. Guck mal, da sind wir hinter. Piero Esteriore bekommt auch bei Ringje null Punkte. Moritz Leunberger lehnt Rücktrittsforderungen von Gehörlosen ab. Der Zweitbeste wird zum Bundesrat gewählt. Personenfreizügigkeit. Die Schweiz wird von Holländern überschwemmt. Christoph Blocher unterhält sich ebenfalls mit Gehörlosen. Moritz Leunberger fährt mit dem Klima Express in seine Zukunft als Bundesrat.